Endspiel Herr und Baby Dora, Erlangen Cup, 20. Juni 2015 auf St. Zilte, was geschah ans Rappen. Der hatte dieses Spiel komplett im Griff, zwei Sitze gewonnen, im dritten Umer geführt. Und in der Endphase hat er einen Schnitt aus beiden, zwei oder sogar drei Bauern aus dem Zylinder gezaubert und sich damit zurück ins Spiel gekannt. Und bald. Es geht also nur noch 2 zu 1 aus Sicht von Zilke. Wir alle hier und dann, wo sie immer hat, den Schlitz, den Füßel jetzt auf seine Rückhand zieht, der kriegt ihr den Schlägen dazu. 2. 1. 1. 2. 2. 3. 5. 5. 6. 5. 5. 6. 7. Applaus Applaus Das ist ein Blut, das ist ein Blut. 1, 2, 1 Ich habe die Bande kaputt gemacht. Ich habe die Bande kaputt gemacht. Ich habe die Bande kaputt gemacht.